Der ETR 500 ist eine Baureihe italienischer Hochgeschwindigkeitszüge, die durch das Konsortium TREVI, bestehend aus Ansaldo, Breda, Fiat Faeroviaria, Technomasio Italiano, Braunboveri und Fiamatrasporti hergestellt wurden. Die Züge zählen zu den schnellsten Italiens und werden von Trenitalia mit dem Namen Frecciarossa eingesetzt. Prototypen In den 1980er Jahren wurden Prototypenzüge mit den Namen ETR X500 und ETR Y500 gebaut. Heute sind die beiden Züge bereits seit etlichen Jahren auf Freigeländen abgestellt und damit dem Vandalismus preisgegeben. Sie wurden äußerlich durch Graffiti beschmiert und innen teilweise zerstört. Erste Serie, die auch als ETR 500 Monotensione Ordine 1992 oder kurz ETR 592stel bezeichnete Erste Serie war nur für das Gleichstromnetz Italiens gebaut. Die Züge wurden für 300 km pro Stunde zugelassen, wurden aber im regulären Betrieb wegen der begrenzten Stromabgabe Kapazität des Gleichstromsystems auf 250 km pro Stunde begrenzt. Im Gegensatz zu fast allen anderen Hochgeschwindigkeitszügen verfügt der ETR 500 der ersten Serie über Vollscheren-Stromabnehmer. Der deutsche ICE oder der französische TGV verwenden dagegen Einholm-Stromabnehmer. Ein Serien-ETR 500 bestand aus zwei Triebköpfen und zunächst zehn Mittelwagen, die später auf elf und dann zwölf Mittelwagen aufgestockt wurden. Das Design wurde dominiert durch ein schwarzes Band, das zwischen den beiden ETR 500 Logos auf den Triebköpfen über die gesamte Zuglänge verlief. Betont wurde die elegant gestreckte Form des Zuges ebenso durch den grünen Fahrwerksbereich und das graue Dach, deren Lackierungen bis in die Zugspitzen reichten. Dieses Farbschema wurde als Bianco Verde bezeichnet und wurde zuerst auch an den Zügen der zweiten Serie verwendet. Eine Besonderheit sind Italiens Werbezüge. Im Gegensatz zu anderen Bahngesellschaften, die nur auf einzelnen Lokomotiven oder Zügen des Nahverkehrs Werbung zulassen, gibt es bei der FS auch mit Werbung Faserhene ETR 500. Die 60 Triebköpfe ETR 500 der ersten Serie wurden in den Jahren 2006 bis 2008 durch Bombardier, den Nachfolger der ursprünglichen Hersteller, grundlegend umgebaut, wonach sie als neue Baureihe in normale Reisezugwagen ziehen und als Intercity mit 200 km pro Stunde eingesetzt werden konnten. Die Zwischenwagen der ersten Serie wurden auch erneuert und mit neu gelieferten Triebköpfen der zweiten Tranche der zweiten Serie gekuppelt. Zweite Serie Durch die begrenzte Stromstärke des Gleichstromnetzes können die Hochgeschwindigkeitszüge nur für Geschwindigkeiten bis zu 250 km pro Stunde ausreichend mit Energie versorgt werden. Deshalb entschieden sich die italienische Staatsbahnen in den 1990er Jahren, weitere Neubauschnellfahrstrecken mit Wechselstrom zu betreiben. Da die erste Serie der ETR 500 nur für das Gleichstromnetz geeignet ist, wurde ab 1996 eine zweite Serie ETR 500 bestellt und geliefert, die sowohl im Gleichstrom- als auch im Wechselstromnetz fahren kann. Die zwei oder drei Systemfahrzeuge werden Polytensione genannt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit der ETR 500 der zweiten Serie von 300 km pro Stunde wird im regulären Betrieb aber nur mit Wechselstrom auf neueren Schnellfahrstrecken Italiens erreicht. Im Gegensatz zur ersten Serie werden bei der zweiten Serie ebenso wie bei den Prototypzügen Einholm-Strom-Abnehmer verwendet. Die Triebköpfe verfügen jeweils über einen Abnehmer für Gleichstrom und einen Abnehmer für Wechselstrom. Äußerlich unterscheiden sich die beiden Bauserien durch starke Unterschiede des Gesichts. Die Front der zweiten Serie wurde aufgelockert und rundlicher gestaltet, besonders betont durch die getrennt angeordneten Spitzensignale, während die Frontscheiben kleiner und rechteckig ausgeführt wurden. Die Züge wurden zuerst mit elf Mittelwagen ausgeliefert, aber bis 2004 wurden alle auf zwölf Mittelwagen aufgestockt, davon ein Restaurantwagen. Die zweite Serie der ETR 50P wurde in mehreren Taschen geliefert. ETR 50P ORD 96 Vollständiger Neubau 2000 bis 2005 ETR 50P ORD 02 Neue Triebköpfe Gekuppelt mit den erneuerten Mittelwagen der ersten Serie 2005 bis 2007 Triebköpfe E 404, 660 bis 663 Eine Nachbestellung der zweiten Tasche zum Ersatz der vier an die Räte V-Oviaria Italiana verkauften Triebköpfe 2007 bis 2008 Varianten ETR 500F für den Einsatz in Frankreich umgebaute Zugeinheiten Diese Fahrzeuge waren drei Systemfahrzeuge, weil sie auch für die auf dem Bestandsnetz in Südfrankreich verwendeten 1.5 kV Gleichstrom ertüchtigt wurden. Diese Zugeinheiten hatten nur acht Mittelwagen, drei erste Klasse, ein Restaurant, vier zweite Klasse. Mehrere Züge, darunter Einheiten 39, 54, 58 und 60 wurden umgebaut und zwischen 2001 und 2005 bei Test- und Zulassungsfahrten auf der LGV Nord in Frankreich eingesetzt. Eine Zulassung für Frankreich wurde aber nicht erteilt, die Züge wurden nie im planmäßigen grenzüberschreitenden Verkehr eingesetzt. Die Triebköpfe und Mittelwagen wurden ab 2006 zu normalen P-Einheiten zurückgebaut. ETR 500Y1 Versuchszüge für die Infrastrukturgesellschaft RFI Zusammengesetzt aus neun Triebköpfen aus der zweiten Serie und Y2 Und Mittelwagen der alten Y500 Prototypen Y1 hat acht Mittelwagen, Y2 hat zurzeit drei Mittelwagen. Die Züge werden für die Inbetriebnahme von Neubaustrecken und für Tests von ERTMS verwendet. ETR 50P Variante mit acht Mittelwagen Bei Eröffnung des Abschnitts Turin-Novara der Schnellfahrstrecke Turin-Mailand im Jahr 2006 wurde die Relation Turin-Mailand mit auf acht Mittelwagen gekürzten ETR 500P Einheiten aufgenommen. Damit die Züge an die Bahnsteige des Bahnhofs des Flughafens Malpensaar passten. Unter diesen Zügen war Einheit 60 in Sonderfahrabgebung für die Olympischen Winterspiele 2006. ETR 500 AV 2005 führte Trenitalia für ihre Hochgeschwindigkeitszüge der Zuggattung und Marke Eurostar Italia unter der Markenzeichen AV ein neues Servicekonzept ein. Dies beinhaltete eine neue Inneneinrichtung, die Züge führen einen modifizierten Business-Class-Wagen mit. Ebenso wurde das Farbschema vom ursprünglichen Grün-Weiß auf das neue AV-Schema geändert, mit großem AV-Logo an den Seiten der Triebköpfe. Das silbergrau-schwarze Design wird als AV-Lackierung bezeichnet. Und wurde in etwas vereinfachter Version auch bei den ETR 485 und den ersten ETR 600 angewendet. An den Fronten tragen alle Triebköpfe eine signalrote Kontrastfläche, die in Form und Größe unterschiedlich ausgeführt ist. Weil sie ursprünglich im Farbschema nicht vorgesehen war und die Fronten anfänglich nur grau-weiß-grün gestaltet waren. In der AV-Umbauversion setzt der ETR 500 als erster europäischer Hochgeschwindigkeitszug auf ETCs Level 2. Sowohl die Zugeinheiten mit 12 Mittelwagen als auch die mit 8 Mittelwagen wurden umgebaut. Es sei zu erwähnen, dass das parallel eingeführte Streckenkonzept AV-AC keine Rückschlüsse auf das verwendete Stromsystem zulässt. Da auch die weiterhin mit 3 kV DC gespeiste Direttissima 4 Enze Roma zu den AV-AC Strecken zählt. Allerdings erreicht der ETR 50P nur auf den mit 25 kV 50 Hz versorgten Strecken seine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 300 km pro Stunde. ETR 500 Frecciarossa 2008 führte Trenitalia für ihre Hochgeschwindigkeitszügen neue. Nach Höchstgeschwindigkeit kategorisierende Markenbezeichnungen ein. Züge mit Höchstgeschwindigkeiten im Bereich von 300 bis 350 km pro Stunde werden fortan als Frecciarossa bezeichnet. Zurzeit ist TTR 50P die einzige Baureihe in dieser Kategorie. Die Züge erhalten anstelle des AV-Schemas ein neues Farbschema mit rotem Streifen und der Aufschrift Frecciarossa auf den Triebköpfen. Vorkommnisse Unfälle Am 24. Oktober 2005 kam ein ETR 500 bei Bari vor einem unterspülten Abschnitt zum Stehen. Die vordere Hälfte des Triebkops kam dabei in einem Abschnitt zum Stehen, der bereits vollständig unterspült worden war. Etwa 20 Menschen wurden verletzt. Geschwindigkeitsrekorde ETR 500Y2 erreichte 352 km pro Stunde am 25. Mai 2006. auf gleicher Strecke ETR 500Y2 erreichte während der Testfahrten zur Inbetriebnahme der Ausbaustrecke Ankara es Kiesche hier mit 303 km pro Stunde einen neuen nationalen Geschwindigkeitsrekord für die Türkei. ETR 500Y1 erreichte 355 km pro Stunde am 1. März 2008 auf der Schnellfahrstrecke Mailand-Bologna. ETR 500Y1 erreichte 362 km pro Stunde am 3. Februar 2009 auf der Schnellfahrstrecke Bologna 4 Enze. Dies ist der heute noch gültige Rekord für Italien. Der Rekord wurde während der Durchfahrt durch den Monte Bibile Tunnel erreicht. Punkt. Wagenklassen 2011 führte die Ferrovi dello Stato im Frecciarossa ein Vierklassen-System ein. Die beiden Standardwagenklassen wurden durch jeweils eine gehobene, zweite Variante ergänzt. So gibt es jetzt die Executive mit einer Sitzanordnung 1 plus 1, Business mit einer Sitzanordnung 1 plus 2, Premium mit einer Sitzanordnung 2 plus 2 und Standard. Ebenfalls mit einer Sitzanordnung 2 plus 2.